Willkommen zurück! Letztes Mal haben wir jede Menge Glitscher weg in dem Spiel. Nein, ich bin immer wieder, aber es ist so viel mehr zu behaupten. Boah, es lebt auf mein Haas aus, als würde sich der Röntgen belegen. Boah, meine Augen. Jigglypuff, tu nicht zuerst. Nächstes Stück. Jetzt weiß ich, um abfällige Teilung zu müssen. Das bin nicht ich. Ich bin ja auch bescheidig, ich bin nicht immer. Ich bin nicht so großartig. Wow! Oh, du bist so großartig. Hast du so großartig? Nichts ungelernt! Erstmal ist das Preacher entsetzen, mir Freunden. Boah! Hör! Brauch Milchgedrück hinzusetzen! Oh, diese blöde Kuh! Hier geht wohl. Ist schon. Winter, ich hasse dich! Stirn! Du komm nie wieder zurück! Wir sind Pipi! Und dann hasse ich die Attacke! Markus Wettlingswiff, die Kase befreit hat. Hey, das wollte ich gerade benutzen! Spitzelicht! Überhitze! Wow! Lebt wohl! Verflucht seist du! Kleines Miststück! So, das war's! Lebt wohl! Feuerpanschi in die Fresse! Scheiße! Everything warm! Like shook! Hass goat? Hass ist es sehr? Ah, gut, gut, gut! Sie tauchte leider nicht auf, den Lachstuhl abzudenken. Fest geht's. Ich mag dich gar nicht. Stirb einfach. Fest. Ich hasse Molpigs. Stirb! Dahil? Unsere Linke. Auf den Lachstuhl. Hier sind die Kanzlein. Wen Stuhl. Wen Stuhl. Auf Wiedersehen. Wen Stuhl. Wen Stuhl. Kann so weiter abgehen. Einfach weiter. Wen Stuhl. So zertragen kann ich. Und hoffen, dass ein Rollout nicht noch einmal trifft. Oh mein Gott. Glück gehabt. Warum muss es ein Pikachu sein? Erstens ist man hier drin und zweitens... ...verwöger gegen Pikachu. Autsch. Ist es für mich das? Nein. Na, warte, Gänge offen kannst du aber jetzt mal richten. Und langsam lerne ich Doppelteam Picachos... ...hassen. Ich hasse es, wenn Picachos Doppelteam beherrschen. Das gibt's ja nicht! Endlich! Autsch! Autsch! Versuche es mit Bein! Autsch! 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 Warum? Wärme. 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 oder ich könnte den Schiff benutzen und nach oben laufen. Aber ich mach das ja so. Nele, dann könnte es auch gleich. Das ist geil. 28? Schauen wir doch? Ne. Ja, ich hab's gut. Das ist jetzt. Das ist geil. Kommen Sie wohl damit. Das ist immer unverschlossen. Hatten Sie jetzt mal ein paar Probleme damit, uns in Kraft zu machen? Oh, so recht bin ich jetzt viel weiter als der andere Typ. Das ist abnodend, aber schwer. Kalt's los, Junck jetzt. Biber, Kleinstein, Kleinstein, Biber, leb wohl. Biber, Kleinstein, Kleinstein, Kleinstein. Goldstein-Kambs. Biber, Kleinstein. H блitch. Mom, gern hier mal eine Marke, die ihr habt. Hm. Ich glaube, ich werde das jetzt gleich aufreißen. Weiter geht's, Lotharu. Also gut, bis zum nächsten Mal, Leute.